Sich auch nicht vernünftig umgucken zu können ist furchtbar. Oh Gott, es ist doch nicht dein Ernst. Es ist doch alles nicht dein Ernst. Es ist aber schön, dass er auf uns wartet, ehrlich gesagt. Ist das denn die Möglichkeit? Oh Gott, nein. Oh, war das blöd. Oh, war das schlecht. Oh Gott, nein. Was ist denn hier los, Mann? Verfluchte Hacke.